Medaille d'argent Janis Baumann und 3. Loris Dalfara Medaille de Bronze Meine Damen und Herren, Respekt und Aufmerksamkeit für die Schweizer Nationalhymne. Medaille de Bronze Applaudissements für den Podium 2017 der Chapellein Suisse Kategorie KD Das Ostschweizer Trio mit Steven Thür, Janis Baumann und Loris Dalfara Herzliche Gratulation und in rund 20 Minuten der Starter Kategorie